Okay, wir sind zurück bei Aliens vs. Predator und wir starten in die nächste Kampagne. Und zwar die Kampagne der Aliens. Ab geht's. Ab geht's. Ab geht's. Ab geht's. Cargo vessel Aurora, you are cleared for approach. Log on to channel 019er for landing beacon and weather data. I instructed you to have this shipment stowed by 9.30. You also told us to expect 9 containers. We received 17. I don't want to hear excuses. Get it done. The Committee is concerned, Doctor. The loss of Pod 5 is a major blow. Setbacks are to be expected. Yes, Doctor Eisenberg, but the Committee is still waiting to see progress. We've made considerable strides in deciphering the alien chemistry. The Committee wants commercial applications. You promised cures. Instead, they hear stories of unauthorized research. There's even a rumor you want to try to harness and control the Hive. I'm not responsible for what politicians choose to believe. I would hate to see your attitude jeopardize your future here. I'm not about to let this project get away from me. File that in your report. You're late. What's that? The package is larger than normal. So is your payment. As always, do not open it. Scan completed. Report inconclusive. Target is shielded. I don't like this. Captain, required on deck. I'll be right out. What's the problem? Richter, General Rykov wants to see you. Now. You've got to be kidding. I'm scheduled for departure in 15. Schedule's changed. Get moving. Oh, come on, Lloyd. Give me a break. Let's go, Hotshot. Jawohl, Freunde. Und da sind wir jetzt. Und zwar als Felshacker. Wir sind zu ihm geschluckt. Geil. Ich wollte schon immer mal ein Felshacker sein. Pass auf. Ein Felshacker kann das da. Der kann springen. Wer muss denn den Kindern, gell? Jetzt ist er schließlich nur ein Felshacker. Ja, pass auf. Auf geht kann ich klettern. Riecht das. Und jetzt muss ich mir ein Opfer suchen, gell? Ganz klar. Ich muss ja dieses Opfer befruchten. Damit ich das Alien schlüpfen kann. Der weiß mehr, wohin. So, mal. Du gehst drunter und drüber zu, Schül. Ich hänge an der Dicken. Wer geht's da? Sorry, Sir. Am besten ist es, ich finde ein Opfer, das er los ist, gell? Das Wort, das ist schlecht. Ich möchte ja mein Opfer still und heimlich befruchten. Aber da. Abwärts. Wow, schaut, ist er. Und da draußen sind die Marines. In der letzten Kampagne war ich auch noch ein Marine. Ich bin jetzt an der anderen Seite gewechselt. Sorge mal. Oh, sorry. A V habe ich in Nachtsicht. Före ich das. Jetzt muss ich, pass auf. Wahrscheinlich darf ich, oder? Moment. Wir klettern. Ah, da ist er ja. Opfer. Allerdings sind die Nenken los, gell? Ein bisschen schlecht für mich. So, meine machen es Haugfleisch aus mir. Ist es notwendig, dass ich in der Mitte des Korridors stande, oder? Nein, Sir. Idiot. So, meine. So, meine. So, meine, die Nenken-Fahrer. Wo sind Sie in Ihren normalen Posten? Sir, Sergeant Cole, Sie? Ich bin nicht interessiert, was Sergeant Cole sagt, dass er in Ihren Posten ist. Ich bin nicht interessiert. Ja, Sir. Das ist das, was ich dachte, du sagst. Ich bin hierher. 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 Was ist hier? Ich habe gesagt, wir machen uns aus dem Stab, gell? Ich wollte mich erwischen. Schnell da rein. Der in dem Luft doch fühle mich wohl. Wieso, wenn der wieder rein gekommen ist. Ich gucke da. Moment. Außenrandom. Kein Problem, gell? Ja, sag ich mal. Da wird ja schlecht. Wo bin ich jetzt? Da geht's auch drunter und drüber zu. Wo bin ich eigentlich? Aller Dicken war ich. Gehst du auf Duty? Ja. Ja, Baby. Ich glaube, die hat keinen Bock darauf, dass sie sich von mir befruchten lässt. Die Mokko Alien haben. Wo schaut denn du aus? Das harte Schicksal eines Felssackers, gell? Jetzt mal Opfer zu finden. Ah, verstehe. Klettern. Klettern. Klettern und Springer. Wann ist deine Tour? 5 Monate. Moment. Das ist nicht zu schlecht. Ich denke, dass ich noch einen machen kann. Ja, richtig. Es ist schwer, das Geld zu verlieren. Aber das blöde ist, das ist auch nicht der Lortz, gell? Bleiben auf. Ich mach mal den da. Was ist passiert? Das könnte ein bisschen riskant werden. Ich mein, ich bin doch so klein und unschuldig. Was ist passiert? Da sind sie. Warte auf. Außer von der Tür. Jetzt bin ich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich picke an der Decken. So, mal kommt da einer. Verstehe. Ich möchte da auf. Moment. Ich jumpe. So, mal. Ja, gut. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich da rein. Mit der Night Vision. Wo bin ich jetzt? Wo ist unten? Wo ist unten? Moment. Da kann man schnell mal die Orientierung verlieren, gell? Bei der Rumkletterei. Moment, da rein. Wir haben immer fleißig durch die Luftschächte. Ah, das Ding ist friert. Ja. So, was ist nächstes? Oh. Was ist da? Wir sollten wahrscheinlich auf dem Motio-Tracker auf dem Fahrzeug-Maintenanz beobachten. Stark hat das geschlossen. Wo muss ich hin? Hat er? Ja. Da vorne wird nämlich ein Dio-Fahrzeug. Okay. Okay. Dann glaube ich, wir können die Luftschöne auf Sub-Level 2 inspeiten. Oh, Mann. Oh, da. Oder ich flitze einfach durch. Was? Was ist da mit denen los? Haben die irgendwelche Tauchkrämpfe oder wie? Oh Gott, Marils. Ich bin weg da. Ab durch die Mitte. Ah, Freunde. Da schaut's blöd. So schnell war's ist nicht. Ich darf mir mal sagen, ich mach mich aus dem Staub, gell. Ich fahr jetzt mit Grillen. Da hinten. Ah, da schau her. Schau mal das an. Ein Marine. So ganz einsam. Was darf's? Und hopp. Oh. 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 Oh no.